Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu einer Folge Phasmophobia. Ich freue mich, dass ihr weiterhin dabei seid. Ich möchte zu dieser Folge auch gar nicht so viel sagen, außer dass ich mich zu Testzwecken zur Verfügung gestellt habe. Ob sich das letzten Endes gelohnt hat, das müsst ihr jetzt selbst herausfinden. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut! Nein, mein Spiel hängt. Finden Sie Beweise mit dem MS-Reader. So macht man es richtig. Wie ist das denn überhaupt? Donald Martinez. Ich hab das gesehen. Gar nicht. Ich hab alle Pien gegessen. Sie hat zwei Packungen gesaved. Irgendjemand muss ja hier die Pillen ein bisschen saven, ja. Hatte nicht für umsonst eben die meiste Sanity. Ja, so sie ist eine viel größere Schlingel. Hättest du sie nicht gesaved, hätte ich tatsächlich diesmal keine Pillen weggenommen. Na ja, als ob. Ich wollte gerade sagen, das würde ich jetzt auch sagen. Ist so, weil die bei den Häusern... Weil es bei den Häusern ja leider nicht sind. Keller ist sauber. Aber ich glaube, es ist unten. Knochen ist oben im Bad. Wie, wie, Brett ist in der Garage. Warte, jetzt muss man das jetzt liegen lassen und auch fotografieren, oder? Erst einmal benutzen und dann fotografieren. Benutzt das nicht. Frag ihn am besten, wo er ist. Wo ist er? Ich kriege eine Antwort. Okay. Ist das der gegenüber vom Bad? Ja. EMF 2 ohne Piepen bei mir? Ja. Bist du böse? Was willst du? Bei mir piepst das EMF-Gerät wieder nicht. Bist du hier? Kampf und hören. Entschuldigung, irgendwelche komischen Soundbugs. Ich bringe mal Salz mit. Wer von euch hat keine Kopfhörkamera auf? Bin ich das? Ich hab keine. Bist du hier? Dann der Lütz. Also wir sind uns sehr sicher, dass er im Raum ist, ja? Nicht irgendwie davor. Er hat doch beim Redakt-Musarbeit gesagt, Utility Room. 54, by the way. Was willst du? Was hat man dir angetan? Was tat man dir? Affe, ey. Ja, hier. Jetzt ist Ria. Möchtest du ein Date mit mir? Max, du Pizza? Ja, wir haben Minus-Temperatur. Susi! Wer... Waschmaschine? Susi! Susi! Susi, ich muss dir was verragen. Aber wir müssen alleine sein. Nur Susi und ich. Das sind keine Geheimnisse. Hier gibt's gar die Geheimnisse. Ich brauch nur kurz neue Materialien. Hey, wir reden jetzt über unsere Periode. Das müsst du überhaupt nicht hören. Ich weiß nicht, auch was. Moment, geht's hier auf Tampons? Was? Gebt's hier gerade um Tampons? Da kann ich ein bisschen was mitreden. Äh, wollen wir das wirklich wissen? Bitte bedenke die Twitch Terms of Service. Ach, ist ja nicht mein Stream. Susi! Die Pillen sind auf der Veranda ganz rechts in der Ecke. Mhm. Ja, aber was können wir denn jetzt noch machen? Wir brauchen noch ein Geister-Event. EMF nur auf vier. Salz ist erledigt und EMF ist erledigt. Wir brauchen noch ein Geister-Event. EMF ist auf vier. Er wirft Sachen gerne rum. Ihr seid Stream-Sniper, ihr seid gemein. Ich rette dich nie wieder. Ich habe tatsächlich nicht auf den Stream geguckt, aber als ich gerade so den Van hoch bin, habe ich gehört, wie sie gesagt hat, wir sind rechts auf der Veranda. Ach, Mann! Ach, Mann! Ach, Mann, oh, Susi, ich habe es, ich habe es versucht für uns. Ja, ich weiß, ich danke dir. EMF 5, wenn ich mich nicht versehen... Wo war jetzt das Vivi-Brett? Garage. Ich mach' ein Bildchen davon. Und hatten wir ein Knochen auch schon? Ich weiß nicht, wo der ist. Hatte jemand von euch ein Knochen gefunden? Oben war ein Sanity-Bilden gefunden. Jetzt heb' ihn auf! Jetzt. Ja, jetzt war mal unten das Foto von Weewee. Sagt er, dass das ein Grünchen gegessen hat? Dann haben wir ja alles. Hä? Ja, aber da warst du kein E-Mail für den E-Mail. Doch, Orb oder Fingerabdrücke muss es sein. Ich hab verstanden, Orb und Fingerabdrücke. Hättet ihr die Tür verpackt? Ich, damit ich mir sehe. Weil die Kamera... Ach so. Und ich sehe ein Orb. Ja, dann Phantom oder nicht. Den ich tatsächlich mit normaler Tür nicht gesehen hätte. Aber du kannst gerne nochmal gucken, ob du das bestätigen kannst. Das war so an der rechten Seite, hab ich was gesehen. Schauen. War so ein Mini-Orb. Ansonsten kann ich noch eine zweite Kamera platzieren, die dann in Richtung... Jetzt hat der Geist die Tür ge... äh, gefixt. Der war Hausmeister von Beruf. Ich geh jetzt noch ein Foto vom Bibi-Brett machen. Aber ich erkenne darauf nichts. Da steht nicht dabei, dass es so Bibi-Brett ist. So, noch muss es irgendwer in der Hand haben und dann wird's von da fotografiert. Ich hab das jetzt umplatziert. Ja, oder? Ich glaub, ich hab das selbst im Stream gesehen. Ich hab im Stream eigentlich hingeguckt. Wo bist du denn jetzt? Die MF ist auf 5. Ouija 10. Ja. Ja, da war er, da war er. Da hat er sich gesehen. Mein Orb also. Ja, ich hab ihn gesehen. Nochmal. Ich hab ihn einmal bei mir und dann nochmal, weil er zu dem Stream gesehen hat. Foto hab ich schon. Foto hab ich schon. Ist schon erledigt. Achso. Wow. Meins hätte ja nicht gezählt. Was war eigentlich der zweite Hinweis? Äh. DMF. Hab ich auch ein Bild von. Ah, okay. Sie haben einen Gefrier, EMA5 und Orb. Also ein Phantom. Wir haben kein Geister-Event bisher. Ja, dann lass mal alle wieder rein hier. Okay. Hey. Ey. Oh, dieser Vogel. Er hat wieder alle Pillen gefressen. Ihr könnt euch gerne nach der Runde darüber aufregen, dass ich die Pillen wegkomme. Du bist schon wieder so ein Stream-Sniper. Nein, ich höre das. Das geht gar nicht. Ich hab voll leise geredet. Und wenn du hinten aus dem Van raus gehst, ist doch dort so eine Audiosperre-Grenze. Ja, aber nur eine leichte. Komm mal bitte. Nächstes Mal schreibe ich Susi mir Watson. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Komm doch hier rein. Ich bin drin. Naja. Moment, war das eine 21 oder eine 41? 50. Hat er schon nebenge.. Ha? 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 Und komm mal rein hier. Hey! Weißt du, erst wo bleibt ihr denn? Und dann nehmen sie einem alles weg, was Spaß macht. Ich halte sie fest. Scheiße. Nein, Mo. Lass die Tür im Rahmen. Oh, was für ein Lack. Ich bin tot. Durch die Scheibe. Ich bin tot. Guck mal, ist interessant. Nein, Mo. Lass die Tür im Rahmen. Was für ein Lack. Kato ist jetzt allein da drin. Und er ist tot. Ich bin tot. Durch die Scheibe. Echt? Ja. Also. Oh ja, streck uns dein Wut entgegen. Das ist ja wirklich jetzt mal interessant. Ja, wenn du zu nah dran bist, kannst du sterben. Tja, immer diese Gaffer. Toll. Interessant. Ja, wenn du zu nah dran bist, kannst du sterben. Tja, immer diese Gaffer. Toll. Ich hab ihn sogar noch gesehen. Ich hab ihn sogar noch gesehen. Ich hab ihn noch gesehen. Ja, ich hab ihn noch gesehen. Ja, feiert er. Wow. Das ist immer noch für ein Bonn gestorben. Das hat dich mal fürs Geister. Ich hab ihn gebeten. Ja, ich dachte auch gerade so. Das tut mir so leid. Aber du bist zeitverzögert gestorben. Du hast erst gesagt, ich bin tot. Spoiler-Alarm tut es ihr nicht. Ey. Das Geister-Event ist fertig. Nein. Nein, nein. Nein. Komm, ich weiß, dass man nicht durch die Scheibe gucken soll. Ich wollte aber ein Foto machen und dann hat er mich tatsächlich durch die Scheibe... Hier ist er. Das ist wieder der Obi mit dem Knüppel. Der läuft gar nicht richtig. Er schwebt. Der läuft nicht. Er schwebt. Der schwebt. Ich bin genau dann rausgegangen, als Hunt gestartet hat. Er hat euch gehört, aber ihr hört mich nicht, ne? Aber es hat funktioniert. Ich hätte vielleicht einfach nichts sagen dürfen. Was macht Susi? Hat hier noch Saft? Ich will hier. Saft. Sag mal, was machst du hier? Machst du hier Teabagging oder was? Ja, ich hab das auf Kamera. Meine Leiche sieht ja ekelhaft aus. Sie sieht ganz anders aus als hier. Ja. Ich hab das auf Kamera. Geht, äh, Susi rein? Ja. Weget ein Geister-Event. Ey, Wallah, wenn du Eier hast, gehst du jetzt alleine rein. Aber nur, wenn du Eier hast. Kühlschrank. Wenn nicht, schick deinen Freund einkaufen. Oh, ich war drin. Wenn du keine Eier hast, krieg deinen Mann einkaufen. Wann geh da so einkaufen? Geh mal in den Geisterraum. Da ist ein Kruzifix, da passiert nichts. Eier, da gibt's. Äh, das Kruzifix vorm Geisterraum ist auf jeden Fall weg. Ciao. Sicher. Das muss ich kontrollieren. Tatsache. Kommst du rein? Ja, rein mit dir. Los. Warum können wir die Eichel nicht? Jag mich. Jag mich. Hast du Angst? Hast du Angst? Hintel, Hand, Jagd, Angst. Schassi, schenk mir ein Zeichen. Wie alt bist du? Schassi, schenk mir ein Zeichen. Hey, warum hast du das Brett ausgemacht? Ich glaube, er hat hackt. War das nicht? Das war Kaffeechen. Vor allem, ich find's witzig. Ich hab gesungen und plötzlich geht das WiiWi-Bord los. Das war ich. Ich würde mal sagen, dass da ein gewisser Geist mit dem WiiWi spielt. Warte mal. Aber ist das da nicht ein Geist, die denn? Aber du hast es ausgemacht. Äh, nein, ich mein, äh... Hallo, Brett. Warum? Er hat ausgemacht. Ich hol jetzt ein Messer. Ich hol jetzt ein Messer. Ich hoffe, es ist hier nicht immer ein Messer. Da. Wir sind jetzt eigentlich alles? Abfahren. Da sind wir jetzt vorliebegefundenen Stative. Ja. Werfen. Fahren wir jetzt nur? Von mir aus, können wir los. Und Tina, ich hoffe, du hast alles eingetragen, auch wenn es verstanden ist. Ja, ich bin draus. 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 Untertitelung des ZDF, 2020